So. Weiter geht es. Ah, da geht der Booster wenigstens noch. Da ist auch das Minecart von dahin. Vom anderen Booster. Also. Ah ja, ich habe bei diesem Part jetzt, blende ich die normale Audiospur aus, weil die einfach überhaupt nicht zum Video hinzugepasst hat. Ich habe irgendeinen Fehler. Ich weiß nicht warum, aber Fraps habe ich falsch eingestellt. Und Fraps nimmt auch schneller auf. Das sieht man, glaube ich, auch, dass alle Bewegungen sind irgendwie viel, viel schneller. Und deswegen. Ja. Ah ja. Gut. Wolle. Wolle. Gut. Ich mache mir jetzt mal ein Bett. Wolle. Jetzt noch Holz. Hä? Bett? Wo bist du? Ist klar, ne? Hm. Irgendwie kommt da gerade gar nichts. Moment. Ich schaue mal kurz im Internet nach, wie das eigentlich gehen soll. Kleiner Moment bitte. Doch. Muss so gehen. Ja, so wird es auch angezeigt, da im Internet. Ja, so, nochmal. Hm. Ich sehe da nichts. Wo? Bett? Warum ist dein Bett jetzt gewesen? Sagt mal in den Kommentaren mir, ob ihr dieses Bett gesehen habt. Ich hab's nicht gesehen. Egal. Alter, ja, läuft das hier gerade alles schnell ab. Das ist nicht normal. Scheiß Fraps. Oh, es wird noch. Booster? Ah, geht sogar richtig. Nein, er geht nicht richtig. Komm, mach hin. Immer noch nicht. Oh, Booster. Jetzt, aber jetzt. Jetzt geht ab. Genau. Boah, ist das durch die Aufnahme gerade. Wo ich die Fraps verschneide. Alter, ja. Das ist nicht normal. Schnell ab. Gut. So, jetzt läuft der Booster da auch nochmal. Ja, nee, ist klar. Ab ins Haus. Hoch. Bett aufstellen. Ah, ja, ist klar, man liegt Bett mit. So, aber... Hä? Ja, toll. Super. Hä? Irgendwie klappt das gerade nicht. Hm. Ulga. Klappt nicht. Nochmal probieren. Na. Tja. Irgendwie klappt das ja nicht. Irgendwie. Egal. Oh, dann mach ich halt bei Nacht weiter. Wasser, Wasser. Ich brauche einen Eimer. Wasser. Und nochmal jetzt. Wasser. Wasser. Genau. Da. Okay. Rackel. Da. Rackel. Da auch irgendwie. Ja, und jetzt nochmal Wasser. Okay. Dann.